Guten Donnerstag geht es um ein ganz anderes Thema. Ich möchte gerne zeigen, wie ich ein Beispiel auf die Graal-VM mit Spring Native übersetzt habe. Das ist ein Beispiel, was mit Spring Boot und Spring Cloud läuft. Ich möchte zeigen, was dazu notwendig war, was für Ergebnisse ich erzielt habe und das wollen wir gemeinsam diskutieren.